jo moin leute und herzlich willkommen zu einer runde von fiesta online wieder auf meine wunderbaren skipperino und in der letzten folge sind wir ja level 74 geworden wir müssen mal sehen wir müssen ein paar quests annehmen ok nicht nur ein paar sondern sehr viele die eine quest haben wir immer noch verloren das regt mich immer noch auf total schade was soll's dafür nehmen wir jetzt kurz mal die anderen quests an und machen die einige schon mal vor weil einige die sind ja noch so einigermaßen einfach und die kann ich noch so schaffen schaffen kann ich so so alles aber die einen gehen halt leichter als die anderen was sind eins äh nox jäger ne genau so was haben wir noch böse geister haben wir einmal level 72 das sind nehmen wir mal an keine ahnung wie die machen wenn oder nee wir nehmen ja einigermaßen fast alle an und level 74 besiege die ex-männer gut die können wir auch noch mal machen nur 50 kills so was gibt es denn hier noch böse gewonnen baum das sind legendäre baum den machen wir auf jeden fall und seien nicht zu gierig machen wir ungern 80 stück bloß noch mal solche komischen juwelen die habe ich ja kein bock so ansonsten magische pfeile machen wir auch glaube ich nicht da muss ich mal gucken was wir davon machen wenn oder nicht so irgendwas etwas schönes für uns im shop oder so rüstung ja vielleicht na ja so wir sind 74 die eine king den quest quest können wir abgeben sehr schön die zweite nehmen auch mal an dort brauchen wir die minibosse so was haben wir denn hier eine 70er verfügbar müssen wir gucken so ss machen wir nicht machen wir nicht lärmeister cybern ok also von der gibt schon mal nichts so verschollen verschollen ist herz trocken die gute truppen schlecht ich weiß nicht mehr so weiter geht's nach cybern jetzt ich habe dir wieso ausgesprochen überhaupt muss man ja noch gucken bei wem wir alles noch annehmen können so also hier haben wir welche waren das noch mal da verdächtiger die nehmen wir an sehr schön und ansonsten 73 soldaten machen wir machen wir nicht weiß nicht nehmen wir mal an zur sicherheit ansonsten trumpströmmer 1 nehme ich auch mal an müssen wir eigentlich sogar hinbekommen irgendwie weil die sind ja nicht so schlimm wie manche anderen so eine musik wieder komisch in den hintergrund da benutze ich ja lieber meine eigene playlist ist ja viel besser als diese musik so ähm da müssen wir jetzt mal bei guildenmeister cybern bei lymp ist das ja nicht cybern ich bin stärker als du was ist denn da für eine quest 50 euro kapitel nehmen wir mal an ist nicht so schlimm können wir machen ist ja kein problem so dann hätten wir alle quest schon mal hier angenommen genau noch mal weiter reiten mal sehen was die anderen quest noch zu sagen oder wann sehen wir die andere städte noch zu sagen weil wir müssen ja noch in älder bühne annehmen so lange wir zuerst rum gehen das ist viel näher dran ok rumen haben wir nichts also alles mit älder gehen annehmen ok also das ist auch schon mal geklärt so wir haben hier eine quest abzugeben was haben wir denn abzugeben ach so die können ja auch mal die können wir auch immer abgeben 2350 rum haben war ja ist ja nicht so viel aber naja und ansonsten können wir schon mit einer kinden quest links abgeben ne gehen wir ein bisschen weitere xp dazu ist sehr schön zumindest schon mal ne sehr schön und teil 2 was ist ein teil 2 hier ähm und da die tour dafür kriegen wir 2,3 millionen ok so bei kenten brauchen wir auch was das ist ja diese eine mantel oder was weiß ich was das ist die nehmen wir mal an so was er denn der hat noch bestarium Level 72 die machen wir auf jeden fall da brauchen wir ja nur einen droppen das ist glaube ich nicht so schlimm zu finden in irgendeiner weise so der arvon der will weil ich eben bei fuß haben darf er selber sammeln gehen habe ich keinen bock zu der karl will ja seine seine dingster haben da diese erze kann auch selber sammeln gehen auf die habe ich nicht so viel bock zu machen so was schlägt die uns vor Nina wir dürfen blüten fahren darf sie selber machen dann haben wir noch mal was auf level 74 die rache die rache machen wir mal sind ja nur 30 kills und nines entscheidung na wahrheit die sind nicht so schön glaube ich zu droppen die 50 stück ansonsten nochmal haben wir da ach so bei den können auch noch ein paar quest annehmen so dann hätten wir schon mal alp quest angenommen zumindest also wir haben einmal flammenschuss und auf nimmerwiedersehen alptraum lasse ich beide erstmal wobei den hier ja komm den nehmen wir mal an dann kann ich auch rein theoretisch einen anderen annehmen ne den will ich ja gar nicht flammenschuss nehme ich mal an ja komm dann nehme ich auch nochmal die andere quest an zum farmen zum farmen ansonsten muss ich mal gucken na komm dann nehme ich die von Nina auch mal hinterher an machen wir halt so dann machen wir daraus halt jetzt eine sammel quest was anders und das hier ne wäre das hier mit den genau 10 rote gelbe machen wir das mal so und dann auch noch einmal bei arvon so was gibt es denn hier so schönes ja guck mal 15 silber immer noch gar kein geld ey so und dann nehmen wir die einfach auch mal an einfach nur da soll man ja auch halt sammeln ne es ist halt so so äh da mal schnell magische feier da waren es so lange 60 stück zu sammeln so wo laufe ich denn gerade hin aber müssen wir sammeln ne ja komm dann sammeln wir mal hier was wo droppt nochmal was das ist ne gute frage jetzt hier das ist jetzt hier ne gute frage so also hier droppt ein Weilchen und rossenmarin glaub ich oder Rosmarin ja nein vielleicht ich glaub schon so Weilchen haben wir ja schon fertig dann noch Weilchen und ich glaube Rosmarin genau brauche ich mir nur eins ok gut dann sind wir hier schon mal fertig genau dann wollte ich halt nochmal da ist schon mal ne blume sehr schön ja dann fahren wir hier mal ein bisschen haben wir auch noch nie gemacht auf diesen charakter also von daher können wir das auch mal machen Wird ja vielleicht ein bisschen langweilig werden aber egal dann ist halt leider so so mal sehen ist noch im FS1 zufällig die alte rumen map drauf von einem event oder noch nicht das interessiert mich jetzt ein bisschen das interessiert mich jetzt wirklich ein bisschen ich hoffe schon ich hoffe schon mal dann haben wir nochmal einen kleinen plus aber dadurch halt ähm den wunderschönen blumenspot benutzen können da wohl von diesen alten rumen halt ne ich glaub den meisten kennt ja noch von euch die alte rumen ne so auf nach rumen und bitte 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 haben die das noch nicht umgeändert bitte ich glaub irgendwann vor paar tagen war das noch so aber ich weiß ja nicht ob das erstmal noch so ist oder nicht und ne schade war ein versuch wert haben die leider wieder umgeändert naja dann ist halt leider so so was brauchen wir jetzt hier noch von den Sachen her und dort die restlichen Sachen zusammenfahmen irgendwie so Kräuter 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 bitte guck mal her so guck mal her das sieht doch schon mal sehr schön aus was brauchen wir denn Kräuterblatt brauchen wir Gerani brauchen wir auch Kräuter Stiel brauchen wir glaube ich nicht oder so gut so Kräuter Stiel können wir weg schon ah ja ich hab hier nochmal die Rollen drüber gehandelt ne damit das ein bisschen für uns besser ist so Kräuterblatt brauchen wir Kräuter Wurzel brauchen wir nicht Gerani haben wir jetzt fertig oder Gerani keine Ahnung wie man das ausspricht so Kräuter Blatt und bei Fuß so Kräuter Blatt und bei Fuß und jetzt nur noch Kräuter Blatt brauchen wir da war kein Kräuter Blatt für tot ansonsten brauchen wir was noch hier ne Gerani haben wir schon fertig so die hätten wir ja schon mal fertig die eine zumindest ähm 14 zählen genau Nina braucht ja die Blüten wir waren das nochmal hier wer braucht denn jetzt die Kräuter Blätter eine bei Flammenschuss glaube ich ne ja genau bei Flammenschuss so magiekristall hochwert aber hochwertig bekommen wenn wir ja aus sag mal schnell all was toll also von da ist das kein Problem da kommen wir ja hin ein ramsier ramsier drop doch in Urugane ja doch ja doch ja sehr schön so ähm ich wollte nochmal paar Kräuter Blätter vielleicht haben wir nochmal eine Blume sehr schön da kann ich das ja schon mal schließen aber ich glaube die Blüten werden das größte Problem werden das ist ja ne Frage für sich ob wir die machen werden oder nicht ja die sind halt so doof verteilt auf der Map ne das ist dann leider das Problem früher war es halt ganz schön da war es halt ähm Ruhmeln im alten Ruhmeln gehst du zum Kräuterbeet dort und dann waren immer 6 Stück also 3 auf jeder Seite und das war halt viel viel besser und jetzt darfst du die ganzen Map rum spazieren und suche wo die blumen irgendwo sind wobei es gibt ja noch mal ich weiß nicht ob es ein Bug ist oder nicht ein Bug ist wenn man in die Dings da reingeht wenn man in die Loderne Mine reingeht dann kommen wir ja auch in das alte Ruhmen und dann kann man ja eigentlich sehr schön fahren müssen wir mal das nächste mal machen also ich glaube in der nächsten Folge fahren wir dann ein bisschen ja die Blumen in der alten Map da sind die Loderne Mine immer versteckte Mine 13, 17, dann 21 doch irgendwie so muss ich mal gucken so Kräuterblatt da haben wir nochmal eins da ist nochmal Kräuter oder sogar sehr viele Kräuter sehr schön wir müssen uns halt auf jeden Fall irgendwie machen das wie auch die Blumen ganz schnell bekommen weil sonst haben wir von allem irgendwie etwas aber die von den Blumen ja von denen haben wir ich glaube jetzt pro Teil 2 Stück ne irgendwie so um den Dreh ok Kräuterblatt bitte warte mal wo ist denn Nina da doch von denen haben wir zwei und einen ok den Flügel bekommen wir ja nur von der Mob so gehen wir weg da blockiert ja einfach die beiden Kräuter ne hallo komm 6 Stück 6 Blätter brauchen wir noch bitte die will ich in der Folge noch zu Ende bringen die Blätter auf jeden Fall will ich die Blätter zu Ende bringen 4 Stück noch kommen guck mal jetzt kommen die sehr schön gut das ist ein Stiel einen Stiel brauchen wir ja nicht unbedingt nochmal ein Stiel ach man bitte man da ok gut dann haben wir schon mal die Sachen fertig gesammelt dann würde ich mal sagen ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn ja dann gibt dann auch nach oben wenn nein dann gibt dann einen Daumen nach unten aber bitte kommentiert auch in den Kommentaren warum das höchst noch nicht wie ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen vergesst nicht mehr den Kanal zu abonnieren und bis zur nächsten Folge haut rein nein